Ich habe ein neues Ziel. Ich will Platz 1 Ranked der Welt werden. Und dafür habe ich mir ganz viele Pro Player rausgesucht, die mir in der nächsten Zeit helfen, Platz 1 zu erreichen. Die Serie startet jetzt und mal gucken, wie weit wir diese Season kommen. Wenn der jetzt eine Waffe findet und mich tötet, dann heul ich. Ja, der Pump. Keep the love. Do me the love. Junge, Junge. Zwei sogar. Kann ich edit? Das ist great. Scheeeeeen. Wir können drauf riften. Ja komm, ich habe rift. Drei, drei, hundert, in dem Monat. Ja, ja, ja. Achso, muss ich gleich mal gucken. War auch viel. Ja, ich habe übertrieben. Ich habe jetzt die letzten drei Tage extra Pause gemacht. Crack? Weil ich übertrieben habe leider. Dann komm mit Busch. Ohohohoho. Geil, Mann. Bro, Mann, zieh, du bist nicht mehr gut, wenn du dich über seinen Shitkin freust. Stimmt. Ich bin ja. Taufihi, dank für den Prime, Bro. Dank für den Prime. Dank für den Prime. Scheeööön, Viktor, Bro. Wohin rennt er? Kein Schuss auf dich? Nee. Ich habe immer noch meinen Busch. Ich glaube, es geht da rein. Mit welcher Raffe? Ich habe gar点 gefeiert, 120. Was kommt? Ich hatte ihn halt gehabt. Ich asse dich. Ernst? Ich habe ihn erst so gepiestet und dann kommt mein Mate mit seinen Kaffee Ganaten. wenn ihr mal da rauskommen wo ich will nicht da rein ich sterbe da drinnen aber ich lasse sie so ausgezockt hat auch daran oder nicht und erzählen was ist die correctin vordern 20 20 20 nur grub noch einer noch einmal rüft selbe stelle selbst Wille. Kommt. 28. Irgendwie finde ich die AK schlechter. 28. Ich bin halt low. So ein Leiji wird jetzt schmecken. Er ist hier unter dem Baum oder so? Mach zu weit. Oh mein Gott. Mensch bombt die einfach. Zwei sind schon die wieder unten, ne? Sind die das? Und die andere riftet. 30. No one spiel. Geht ihr durch? Auf ernst? Was ist das für eine Scheiße? Die Ongel, hat er Selbstmord gemacht? Der Cartoon, ne? Wenn ich jemanden full piece hab, noch einmal diese Gnadewerfer. Ich drehe so durch. Auf ernst. Ich werde die ganze Zeit ge***t von meinem Teammate. Jack, Jack, ja alles gut. Okay, okay, das ist leicht. Dann hast du wieder die Entschuldigung. Crack. Wett. Push Bombser. Oh mein Gott. Oh, sind die Punkte. Schreibt allen, wenn die geblieft haben. Schreibt allen, die gewettet haben. 29er Bomb, unreal. Viele. Viele, also meine meisten voller sind wahrscheinlich englisch halt, aber. Ja, deswegen. Die meisten deutsch. Wo ist der unten im Keller oder ist? Oben. Der hat sich gesehen, oder? Der rechts? Nein, nein, nein. Der hat er nicht. Der tanzt. Nein, der tanzt. Der tanzt. Wer schießt? Wer schießt solche guten Boogies, Digga? 130. Wer hat solche krassen Boogies geworfen? Keine Ahnung, geiler Typ man. Der ist wirklich nobel, Bro. Ganz arc. fought. Dein Kollegen. Und ich mach nen Shark Shark. Low, in der. 130. Okay, 10. Am히 weit? Nice. Schöööööööööööönn. Zeig mir noch, was ihr drauf habt. Jaaa, ich versteh schon. Das kann doch nicht sein. Ich use das Drift auch, so um es fahr' Ich stinkt die da oben, wenn die da landen. Ja, ich stinkt die komplett Die sind ehrlich peinlich, die werden noch mal riften Jinks Der Warpump-Tisch Meinen Stinks by the way Nein, das war nicht wie Kato, 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 Kato Will nicht Kannst du mich einfach resen, der checkt eh nichts Kato, vertau, vertau Ab ihn Komplett peace, Undertaker Digger, ich hab den Einzug gekriegt Einfach Undertaker Wo sind aber noch? Sechs Leute? Keine Ahnung, die sind alle irgendwo eingeboxt unter uns Sechs Leute Die spielen alle Late Game Hä, ich hab keinen einzigen gesehen Warte mal, in die Zone kommt Lul Mobility Der eine ist nicht so gut im Rotaten Schon Low-Pet-Rotation Ich fühl mich grad wie Mr. X auf Ernst Einer P Einer P Einer P Einer Gamer Bin am Ende sogar gepoppt Let's go Ja Ja Made by Amethyst Ja, ich schuhe hab ich mich Ja, du auch G-Moment, Digga Ich hab die Brisse Keine, es gibt keinen Solo-Klashkab, hat der wohl abgedeckt Und alle auch und Nobel-Kassener Brandgestein Oh mein Gott Hast du ihn? Nice Ja Welche, was soll denn kommen genau? Da kannst du mein neues TikTok angucken Ich hab schon alles gezeigt, was kommt Jungs, schaut euch auf jeden Fall nicht das TikTok an Schaut euch ja immer Was auch mal, Jungs Irgendein Noah oder so Lama-King Hast du Minis, Brute, du Huren? Erstens, wie redest du Zweitens, Digga Nein, hab ich nicht Ey, endlich Oh, hier ist ein Full Squad Ja, ein Chok-Chok Ich wurde gestern geflamed dafür, dass ich nicht weiß So Ich hab mir irgendwas erzählt, so wenn Du zwar, schon niemand weiß, wie Elefanten gemacht wurden, Digga Hilfe, Pluto Hä? Was denn, Digga? Rayboot Ist hier noch einer? Ja, schon bei Noah O'Reilly, Hilfe Oder noch das Rieboot kam Ja, Trissi, nur das Beste für dich Wir töten alle aus der Luft 3 3 2 1 Wer keinen tötet Kennt ihr das auch Manchmal fehlt nur ein Mini-Hauch Dann ist die Welt perfekt Hä, nur einer Scheiße Komm, da ist einer im Boot schließen Siehst du den? Ja, 3 2 3 2 3 3 AP Er hat Tachua allgebaut Er hat Tachua gespielt Warte Er hat Tachua gespielt 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 Irgendwie hat er mich Tachua gespielt Hier auf dem Berg oder so Sie stehen mir im Offenen, wenn er Tachua gespielt, oder nicht? Weiß ich nicht Weil er aufsteigen gestorben ist Ey, warte mal, ich muss zonen, ich bin tot Ich hab nen Rift, ich hab nen Rift, komm her Das wär unlucky Ich brauch Hilfe Digga, niemand wird gebeamt, da sind 40 Leute in der Luft Ja, aber wenn du... Ja, aber wenn einer Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe Ich komme Jetzt Was macht sein Arsch? Ich mach's nen Kälter Hatte jemand nen WG oder so, oder nen Lager? Nen Lager? Nen Lager Wieso bin ich überhaupt so allein gelassen? Wo seid ihr überhaupt? Nein Nen Lager Nen Lager Nen Lager Nen Lager Nen Lager Nen Lager Und er hat eine Hilfe Ich habe Hilfe Schatzis Ich komme Ist noch ein letzter bei uns 1x Pluto Ja, Arte Tüschneid vom TSM Meth Pluto 1xP Bitte Er ist 1 Ich bin auch Full 1 Ja dann rass mich. Boah, kannst du mich rassen? Komm, Daddy. Ich brauche noch einen Kill für die Wette. Nachdem ich den gefeiert habe. Ich bin tot. Was? Was? Der hat sich durch die Wand getötet oder? Ja, 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 ja. Töt sie nur. Er hat 1 AP, bitte hier. Nein, töt ihn nicht nur. Ach Bro, das macht doch nicht Bock. Das wäre mit 1 AP überlebts, aber auch bodenlos. Hinter dir kommt noch einer. Claudia hat Angst vor dir. Du hast zu viele Einhits gemacht, der riftet einfach. 28. Sind beide hier oben. Er hältst nicht mal ein Team. 28, 28. 90, 90 auf ihn. Das war nicht viel. Hitting a Clip, sind da oben Leute, Pluto? Einer noch. Letzter bei mir. Noch hier? Oder hast du schon durchgezogen? Der ist irgendwo hier runtergegrappelt, glaube ich. Ah, hier bei mir. Hitting an O-Scope. Entweder sterbe ich oder ich hitze. Egal. Der Reason hat den geholt. Nein, Karte, du bist so ein H***er. Das war Reason! Ernst, Karte? Alter, Noah, du D***er. Alter, tschön, Mann. Äh, okay, aber ich dachte, das wäre das Family Family jetzt. Nein, nein. Bro, ich denke auch, er hat geklängt. Ja, ja, ist so. Warte mal. Deck Riding hier immer wieder. Der Dreckige. Der Dreckige. Der Dreckige hat den. Ach, Bro. Ach, wieder den chillen. Einer ist mir in der Luft. Bitte guckt auf ihn. Ich gucke. Den nicht. Nice. Hilft mir. Wie süß war das denn? Ich komme. Halt mal Small und hilf mir lieber. 190 und dir liegt ein Chak-Chak. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Ja, da, da. Der liegt ein Chak-Chak. Ja, okay. Ich bin weich. Ich spiele mit Füßen. Die waren alle nur mein Penis. Der ist schon wieder auf mich. Okay, ich auch. Aber jetzt in meiner Zeit. Da haben wir doch gar keinen Computer. Wir in der Schule haben doch keinen. Ich habe das höchste Mal Duden-Day, Duden-Guide aufgespielt. Bulldog ist wieder drinne. Bulldog! Bulldog ist wieder auf seinem Weg. Kennt ihr Tim-Bad-Buff? Kennt ihr Tim-Bad-Buff? Ne. Ich war Bulldog. Der ist wie Bulldog, glaube ich. Da spielen halt immer so Ninja und sowas und drauf den Loot. Ja, das ist basically D-Riding. Oh mein Gott. Ich hatte einmal Omid und Diyah. Das war noch so halb lustig. Aber irgendwie nach dem 10. Game hatte ich keine Lust mehr. Ja, wenigstens waren die lustig. Aber wenn du schlecht und unlustig hast, dann ist es over. Sagst du das ganz zu den alten Teammates? Ich rede ja nicht von meinen. Wen hattest du als letztes? Wen hattest du als letztes? Äh, wen hatte ich Chat? Bazzi und Snipsker, glaube ich. Ja. Ich habe als letztes Hugo und Umut. Das war übelgeil. Bitte 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 bitte. Komm mal. Oh, der misst halt Schluss. Oh Bro, was laberst du? Ja, nein. Aber zu dem Turnier habe ich nicht mitgeführt. Dass du da gespielt hast, bitte. Aber die können doch uns einfach mal eine normale Waffe gehen. Ja Bro, das ist ja richtig fertig. Da haben die Prost, äh, da haben die Prost, äh, da haben die Prost richtig Bock, oder? Ich glaube mittlerweile sind die alle so gut. Die können easy, ein bisschen mehr aushalten. Boah, wahrscheinlich, oder? Gibt mir halt eine Only Pump oder sowas, Bro. Ah, tot, Bro, tot, tot, tot. Ach, Bro. Da ist irgendwo ein Glubschi. Ist irgendwo ein Glubschi mit einem Thumper. Ein Glubschi. Auf mich. Bitte nicht code-editen. Bleib mal reingappen sonst, Jaffee. Egal. Glaub dich, mein Bro. 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 Glaub dich, mein Duffy. Glaub dich, mein Duffy. Ich hab ihn. Was ist mit seinem Kamu? Äh... Robin Huck, Digga. Robin Huck ist crazy. Aber wer hat denn letztes Mal gewonnen? Ich weiß nicht. Hat Kamu überhaupt mitspielen? Ich weiß nicht. Volko hat gewonnen, Volko hat gewonnen. Ja, aber mit Wieben nochmal. Äh... Riga, keine Ahnung. Kann ich mal eine Karte holen und mich resen? Oh, da wurde ich... Da wurde ich... Da wurde ich Zweiter. Das war der Bruch meines Lebens. Glaub ich, ehrlich. Show, alles. Nur, weil ich nicht slurpisch aufgenommen habe. Ihr habt das Z-Bester-iPad-Tweeter. Ja, halt schon immer die NFL. Soldier Voice aus einer Serie, die The Boys heißt. Moin Jus. Ich bin dreifacher Europa-Meister. Ich fisse euch. Okay, aber wir kennen die ja nicht nur davon. Also... Ja, aber... Nein. Ich bin dreifacher... Hab ihn gefunden? Ich bin dreifacher Europa-Meister. Und fisse euch mit meinem NFL-Maus-Pad. Wow. Wo ist der letzte? Bei mir. Get him up, shawty. Hä? Langweilig. Back, free, back. Ich hätte Helo von der Song gemacht. Schlech, 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 schlech. Ich hab nur Moch-Loot. Ich kann nicht den Clip. Wir rebooten haben. Lass ihn rebooten, lass ihn rebooten. Das sind aber mehrere, das sind mehrere. Ich kann die boogien. Der danzt. Oh, da hat mir noch einer. Fluffy Klöten. Crack auf einen. Hadeshot, hab ihn. Dann ist er auch so. Ja, ist er. Das sind drei Leute. Wir können dich rebooten lassen. Oh mein Gott, Bro. Das war crazy. Die einen landen auf Reason. Ne, außerhalb. Die wollen glaube ich nur nerven. 100. Nice, ich kann den nerven. Hab ihn. Nice. Ich hab ihn 116 getetet oder so. Ja. Der eine der hier ist 1, ne? Ja. Ich hab ihn 180 getetet. 50. Das sind 2 noch hier. Warte, ich schiefe Kevin. Nice, hab ihn. Ich brauch einen Grappler unbedingt. Ich hab die ganze Zeit keinen Grappler. Ich bin tot an Storm, Bro. Ich bin tot an Storm, Bro. Wo ist der Finish? Ich muss rein erstmal. Ich stehe den Finish nicht. Runter gefallen oder so. Aber weg. Hast du ein Ding? Der Rest ist hinten, ne? Der Rest ist hinten. Ich kann Headshots halten. Oh. Was? Mich schicken die. Ja, du du alter bitte. Halt doch mal auch dein Maul, Digga. Denkigste. Ja, nein mit die Box ist so schönes Job. Gerade in meinem Hund noch geil, Digga. Und jetzt haben wir sich mal die Karte aufgedreckt. Guck dir die Luft und tötet bitte aus der Luft. Ach so, RPG-Menü für mich, Krippe. Ja, das ist einer in der Luft. Hab ihn. Ja, gerade du mich mute? Nee, aber ich hab dich leiser gemacht, weil du so rumschreist. Ja, die fighten sogar. Das Free Win. Ist der nicht in Campfire? Oh ja, irgendwo ist der eigentlich. Wo? Einer in der Luft und der andere Cracker in den Low-Round. Ja, ich auch. Okay. Was du? Einer Cracker vom Duo. Einer Cracker? Cracker. Nice. Der letzte war 1-Spiel. Ja, der Triple, beam, beam. Ja, ja, ja. Die 6 Zinker sind's. Ich stink ihn, ich stink ihn, ich stink ihn. Ich stink ihn! Ich betone das auch nicht. Let's go! Das stinkt, ey. Das stinkt, ey. Das stinkt, let's go. Okay, doch noch ein Win. Grippe, wie heißt das? Carry. Grippe, Kenny. Grippe, Kenny. Ey, er heißt einfach Kenny und Grippe, ey. Ich glaube, ich hab's sogar. Das 50-50. Ich muss aber im Mausrad scrollen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Digga, die ganze Lobby. Hab's! Digga, noch nie so geile Kills gemacht. Okay. Warte, ich komm direkt. Ich hab alles. Ich komm direkt. Der rennt vor mir weg. Nein. Das passiert. Digga, es ist halt das vorhin. Der jetzt ist drüben wieder Action. Ich glaub der ist ja... Aber irgendwo ist er hier noch, ja. Ja, ja. Ich komm mal kurz. Siehst du ihn? Ja. Hier, glaub auf deinem Layer. Ja, ja. Ja, das ist er. Ich hab ihn komplett runter, glaube ich. Oder ist er hoch? Zwei jetzt. Hab ihn. Ich hab ein Mini, zwei Minis. Ja. Gönnt ihr die? Ja. Ja. Hier sind zwei Leute oben. Da unten ist auch jetzt ein Typ mit LMG. Ja. Okay. Hab ihn. Klatsche ist gut. Weiß ich nicht. Oh, wo ist weg? Ja, das hat den direkt. Okay, okay. Ja, ja. Äh. Wo hat man Herrscher gekriegt? Ja, das hat er. Weiß ich nicht. Count. Count Spiel. Nice. Schön. Ich mach's hin. Ich mach's hin. Auf der B. Ich nerv den. Okay, okay. Kühl dich einfach. Kein Horepuls in. 60 Voll Damage. Haha. Ich hab'n gewass. Ich hab'n gewass. Beine Barscher geschossen. Ich hab'n gemisst. Angst euch? Der hat mich BG abgebrochen einfach. Was ist denn das für ein Kiga-Chat? Ich komme. Komm hoch. Oh mein Gott. Get clipped bei Biggrippy. Was ist denn das für ein Kiga-Chat? Ich komme. Oh mein Gott. Get clipped bei Biggrippy. Nice. BG halt auch hin. Meinst du den hier? Wahrscheinlich schon. Ein Tumper. Ja. 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 Da hat er noch nicht mehr drin. Ja. 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 Ich komme. Was sag's? Ich komme. 2 Spuren. Wer würde sowas machen? Hab den einen. Hab Fullsheet für dich, brauchst du noch? 110 Oberfeil. Ich verstehe. Oder brauchst du Hilfe? Ich brauch hier den 30. Eigentlich hätte ich ihn gerade getötet, aber... Jo, der hatte Spaß, Lee. What the Frick. Ich brauche jetzt mal einen zweiten Biggie durch. Machst du jetzt mal einen White sein, ne? Ich brauche mir jetzt auch noch einen Biggie. Man lasst jetzt raiden. Eine Metz-Kram gerade. Er ist eine Rache. Ja, was hat er gedacht, wer er ist, hä? Wie kann man so spielen? Ich hatte auch null Metz, deswegen. Ich bin gewundert. Er hat Cap Metz hier. Ja. Oder 20. Er hat ge-greedet da oben. Ich glaube, er hat mich auch gesniped. Er hat gesniped, ge-greedet. Ja, das ist der Solo, dieser lilanne hier drinnen. Der ist da drinnen, der letzte. Oh. Da. Ja, super. Das hat doch nicht mal eine Bastard last sein. Das war ganz schön, halt. 235. Nice. Nice. Tschüss, dann Chat. Tschüss. 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 Tschüss.